Bist du auf die Pumpen und sowas? Nicht so alles hoch, was läuft. Den Standorten mit der Standorten, roter Elm, Peter Rantzel. Auf den zweiten Platz. Die Standorten mit dem Plüggenhelms, Platz Nummer 15. Die Standorten mit dem Plüggenhelms, Platz Nummer 15. Peter Rantzel. Auf den ersten Platz. Erster Lauf. Die Standorten mit dem Plüggenhelms, Platz Nummer 15. Auf den vierten Platz. Die Standorten mit dem Plüggenhelms, Platz Nummer 13. Mike Mittelstädt vor der Standorten mit dem Plüggenhelms. Die Standorten mit dem Plüggenhelms, Platz Nummer 21. Jürgen Bruttner. Und weiter geht es jetzt.